Was ist die Ausgangssperre? Das ist unverhältnismäßig. Nun haben diese Maßnahmen tatsächlich Erfolg gehabt und zwar in hohem Maße. Das wird ja dokumentiert durch die regelmäßigen Zahlen des Robert-Koch-Instituts und dann stellt sich jetzt natürlich eine andere Ausgangslage und hier ist auch die Abwägung anders. Und deshalb hat die Politik ja auch Schritt um Schritt diese Maßnahmen gelockert. Das ist ein Eingriff in Freiheitsrechte. Das ist begründungspflichtig und das muss immer am Maßstab der Verhältnismäßigkeit abgewogen werden. Aber was da nun genau, wo da genau die Grenze ist, das ist wiederum ein Ermessensspielraum. Da hat die Politik auch einen eigenen Gestaltungsspielraum. Und nur wenn der deutlich überschritten wird und wenn eine Maßnahme aufrechterhalten wird, die längst nicht mehr verhältnismäßig wäre, dann würde das Bundesverfassungsgericht angerufen und würde dann da auch intervenieren. Also eigentlich funktioniert das in Deutschland mit unserem Verfassungsgefüge ganz gut. In der Ethik sagt man, die physische Existenz, das Leben ist ein fundamentales oder das schlechthin fundamentale Gut, weil es die indispensable Voraussetzung dafür ist, alle anderen Güter des Lebens genießen zu können. Auch Freiheit kann man nur selbst entfalten auf der Basis des Lebens. Und Gesundheit ist eine wesentliche Erleichterung. Der Satz, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts, ist eine Überzeichnung. Denn auch kranke Menschen, die mit einer dauerhaften Krankheit leben müssen, sind ja nicht unmittelbar in ihrer Menschenwürde verletzt, sondern sie müssen eben unter anderen Bedingungen ihr Leben führen. Insofern ist Gesundheitsschutz ein vorrangiges, wichtiges Staatsziel des staatlichen Handelns. Aber wenn eine drohende Pandemie, die nicht mehr zu entgleisen droht, sondern wenn sie kontrollierbar geworden ist, dann muss man das wieder abwägen gegen anderes. Und dann sind natürlich Freiheitsbeschränkungen, etwa, dass Kinder nicht mit Gleichaltrigen spielen dürfen, dass sie nicht in die Kitas gehen dürfen, dass Schülerinnen und Schüler in ihren Bildungsplänen gestört werden. Das sind dann schnell unverhältnismäßige Restriktionen. Zunächst geht es nicht darum, dass über den Wert menschlichen Lebens befunden wird. Man sagt, der eine ist wertvoller, weil er wichtig ist für, was weiß ich, die Wirtschaft, die Wissenschaft, sage ich als Universitätsangehöriger natürlich auch, oder das Gesundheitssystem, oder weil eine Mutter drei Kinder zu Hause zu versorgen hat. Sondern es geht darum, dass man die voraussichtliche Aussicht einer Behandlung, dass sie erfolgreich sein wird, beurteilt. Das ist die sogenannte Ex-ante Priorisierung, dass man, bevor man eine Behandlung beginnt, überlegt, bei welchen Personen wird sie voraussichtlich erfolgreich sein. Das wäre in Deutschland zulässig. In Italien hat der Ärztebund eine andere Empfehlung gegeben, und zwar eine, die stärker einer folgenorientierten, konsequentialistischen Ethik verpflichtet ist. Dort hat man gesagt, es zählt die im Fall der Genesung erreichte Zahl der gewonnenen Lebensjahre. Also nicht, weil eine 45-jährige Frau eine bessere Heilungschance hat, wird sie dem 85-jährigen Rentner vorgezogen, sondern weil sie statistisch gesehen, wenn sie geheilt wird, eine höhere Prognose hat und mehr gewonnene Lebensjahre. Das wäre in Deutschland nach unseren medizinethischen Überzeugungen unzulässig, weil hier Leben gegen Leben abgewogen wird. Und das ist ein Grundsatz, der in der Medizinethik nicht zum Tragen kommen darf. Jetzt gibt es noch eine zweite Frage, das ist, ob die sogenannte Ex-Post-Priorisierung statthaft ist. Das meint, ob im Verlauf einer Behandlung, wo danach noch weitere behandlungsbedürftige Patienten kommen, die dann eine bessere Prognose aufweisen würden. Und jetzt ist die Frage, ob man dann den, der den Behandlungsplatz bereits inne hat, abnehmen darf, wegnehmen darf, um dem anderen Vortritt zu lassen. Juristisch gesehen wäre das klar, das wäre eine Tötung durch Unterlassen. Deshalb haben wir auch im Deutschen Ethikrat die Juristen sich da strikt dagegen ausgesprochen. Das ist dann für denjenigen, der später kommt, eine Art Schicksal. Man kann natürlich oder muss bei jeder Behandlung, auch bei einer intensivmedizinischen Corona-Behandlung, im Behandlungsverlauf das Ergebnis überprüfen. Und wenn sich herausstellt, dass nach einer Woche die Lungenfunktionen noch weiter sich verschlechtert haben, sodass eine Heilungschance eher in weite Ferne gerückt ist und unwahrscheinlicher geworden ist, dann kann der Punkt kommen, wo man sagt, diese Behandlung ist jetzt nicht mehr verhältnismäßig, sondern es ist der Zeitpunkt gekommen, wo ein Therapiezielwechsel angezeigt ist, dass man nur noch palliativmedizinisch behandelt und also das Sterben kontrolliert. Das wäre dann keine Ex-Post-Priorisierung, sondern eine ganz normale Entscheidung zum Therapiezielwechsel, wie sie häufig geschieht in der Medizin.